So meine Freunde, Ostern ist jetzt ja auch schon wieder vorbei, ich hoffe ihr hattet schönes Wetter, ihr habt eure Eier alle wieder gefunden und ihr hattet eine schöne Zeit mit eurer Familie, seid ein bisschen zur Ruhe gekommen und konntet die freien Tage einfach genießen. Und schaut mal, das WDR hat extra Tipps für das Zusammentreffen der Familie gegeben. Rassistische Sprüche beim Osterfrühstück. Streiten? Widersprechen? Ignorieren? Ostern mit der Familie könnte so schön sein, aber wie reagieren, wenn der Onkel rassistische Sprüche klopft oder sich Mama um Kopf und Kragen redet? Eine Anti-Rassismus-Trainerin gibt Tipps, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Tut mir wirklich leid, Freunde, dass ich die Tipps erst jetzt euch präsentiere, jetzt wo Ostern vorbei ist, aber die Frage an euch, ist es gut gelaufen oder habt ihr euch um Kopf und Kragen geredet? Ist eure Mama ausgerastet? Ist der Onkel rassistisch unterwegs gewesen? Würde mich wirklich mal interessieren. Übrigens, bei was für Themen sind wir eigentlich unterschiedlicher Meinung? Bei der Kriegspolitik? Bei der Energiepolitik? Bei der Migrationspolitik? Bei der Genderpolitik? Bei der Klimapolitik? Ist es nicht vielmehr so, dass alle der gleichen Meinung sind und die Regierung eine andere Meinung hat, die gegen die Bevölkerung ist? Wie viele Menschen innerhalb der Familie haben die gleiche Meinung, dass nicht wir das Problem sind, sondern die Politik, die Ampelregierung, dass die am besten sofort zurücktreten müsste? Heute ist Karfreitag. Christ in den Wissen. Am dritten Tag kommt Ostern. Aber damals muss das Gefühl von Ausweglosigkeit und ausgeliefert sein, nichts mehr tun zu können, bedrückend gewesen sein. Das können heute viele verstehen und empfinden genauso. Klimakrise, Artensterbe. Mal ernsthaft, wer fühlt sich von so einem Tweet abgeholt? Warum kann uns diese deutsche Politikerin, die von unseren deutschen Steuergeldern ihren Lohn erhält, nicht, wie zum Beispiel auch bei Ramadan, einfach den Menschen frohe Ostern wünschen? Schaut mal hier, selbst die russische Botschaft kriegt das hin. Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen euch frohe Ostern, Frühlingswetter und ein sonniges Osterwochenende im Kreis der Familie. Liebe Grüße zu Ostern. Dankeschön, liebe russische Botschaft. Und wenn wir schon dabei sind, mich habt ihr nicht das Feind. Auch wenn zum Beispiel eine Frau Göring-Ecker das ein bisschen anders sieht. Aber für mich gilt, das ist definitiv nicht meine Politikerin. Aber wir wollen ihr freundlicherweise ehrlich sein. Hier hat sie uns wenigstens frohe Ostern gewünscht. Und wenn wir schon dabei sind, wird sie hier eigentlich künstlich in irgendeiner Form bestrahlt oder was ist da los? Ich dachte, sie wollte Putin bestrafen, indem sie auf Energie verzichtet. Frau Göring-Eckardt, was ist da los bei Ihnen? Was ich mit diesem Video ausdrücken will. Wir erleben in Deutschland eine 24-7-Indoktrination seitens unserer Medien und auch unserer Politiker. Ständig werden wir daran erinnert, dass wir in Deutschland schuld an allem sind. An der Klimakrise, am Zweiten Weltkrieg, da haben wir eine Bringschuld. Immer, für immer und ewig. Wir sind schuld. Und deswegen müssen wir auch weiterhin der Zahlemann für alles sein. Stimmt's oder habe ich recht? Wir müssen der Ukraine helfen mit schweren Waffenlieferungen. Das Ganze wird uns dann ungefähr 15 Milliarden Euro an deutschen Steuergeldern kosten. Aber wir haben ja gelernt, bei diesem Ukraine-Krieg, da geht es ja um nichts anderes als um die Freiheit von Europa. Wir in Deutschland müssen auch alles dafür tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und deswegen schalten wir auch die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland ab dem 15. April ab. Und dabei ist es auch egal, dass sämtliche andere Länder bei dem Thema Atomkraft eher aufrüsten und dort Milliarden reinpumpen. An Investitionen. Und auch der Herr Habeck hat ja gesagt, die Dinger, also die Atomkraftwerke in der Ukraine, die werden weiterlaufen. Denn schließlich funktionieren sie ja. Nur in Deutschland. Da sieht die Sache anders aus. Und auch bei der Migrationspolitik gestalten wir das ein bisschen anders als andere Länder. Hier in Deutschland, hier ist jeder erwünscht. Egal ob mit Aufenthaltsgenehmigung oder ohne. Ich meine, was soll das? Mensch ist doch Mensch. Und ein Mensch darf doch sein, wo er will. Oder? Und wenn er dann die Sozialkassen in Deutschland plündert. Ja, who cares? Wir haben doch das Geld. Richtig? Und wenn du in irgendeiner Form kritisch gegenüber dem Ganzen bist. Tja, dann bist du ein Nazi. Und wir in Deutschland, wir haben ja eh gelernt, das größte Problem hier ist der Rechtsextremismus. Von dem her, wir müssen alles dafür tun, um diesen Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen. Schließlich haben wir eine Bringschuld. Siehe 1933 bis 1945. Da war ja was in Deutschland. Da können wir alle ja auch so viel dafür. Aber wisst ihr Leute, Antisemitismus ist nicht gleich Antisemitismus. Deswegen drücken wir weiterhin ein Auge zu, wenn dann eben von einer anderen Gruppe in Deutschland dieser Antisemitismus an den Tag gelegt wird. Siehe folgende Demo. Mitten in Deutschland. Das ist übrigens wieder diese heuchlerische Doppelmoral unserer Politiker. Kennen wir ja nicht anders. Und deswegen lautet mein Appell wie immer. Schwarze sollte nichts gegen Weiße haben. Und Weiße sollte nichts gegen Schwarze haben. Ein Christ sollte nichts gegen einen Moslem haben. Und ein Moslem sollte nichts gegen einen Christen haben. Ich will damit sagen, wir sollten endlich verstehen, wer daran interessiert ist, uns Menschen zu spalten und endlich vereint gegen diese Regierungen und diese Institutionen vorgehen, damit es besser wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal.